Willkommen zurück zu Doom Eternal, die Fortsetzung von Web 12. Es wird keiner raten, was gerade passiert ist und wenn doch, wird keiner raten, warum es passiert ist. Mal gucken, vielleicht wird es mal hier und da erkennen. Nichtsdestotrotz geht es hier mal weiter. Ja, ähm, Eternal, genau. So, Lautstärke sollte stimmen. Ja, perfekt. So, wir waren letztens, haben wir die Map, äh, ja, ne, Zweiteiler wieder, klar. Wir waren soweit, dass wir die blaue Karte entgegert hatten. Das, äh, sollten wir jetzt genau, wir sind auch schon direkt vor der Tür. Ähm, ja, deshalb wird niemand ritt noch rum, danke dafür. Ähm, ja. So, blaue Karte haben wir letztens eingesammelt. Können wir jetzt also praktisch direkt mit der Höhe loslegen? Ich traue mich nicht wirklich, weil die da direkt in Front auf mich stehen. Ähm, nein, bitte. Da. Huh. Ähm. Ernüchterung, warum steht ihr einfach da rum? Äh, äh, äh. Reagieren die gar nicht oder reagieren die nun nicht auf mich? Die reagieren gar nicht. Ja, lol, ey. Einfacher geht's ja gar nicht. Was zur Hölle ist denn da los? Okay. Hab ich nachgeladen? Ja, hab ich. Ich höre da schon wieder. Ich höre da schon wieder. Diese Wippe ist auch einfach so scheiße groß. Warum, ich weiß ja nicht, äh, jetzt weiß ich alle 5 Minuten oder was? Äh, nicht mal. Oha. Aber das war keine Falle ist. Jetzt muss ich sowieso noch was machen. Alter, guckt euch mal diese Optik an. Ja, die sehen wir uns also. Ich darf nicht so viel, äh, Shotguns, äh, Raplik nicht verschwenden. Also, die kommen, die kommen, die können gar nicht, ja, kommen. Ähm. Ach, fuck off. Was ist denn eine Verschwendung? Ich habe gerade einen Zombie gehört Da habe ich den gerade aus Versehen auch mitgekillt Oh mein Gott, nice War doch klar, war doch klar, war doch klar, die Tür ist natürlich geschlossen Also müssen wir doch das Helper Demon killen Hilft ja nichts, äh super War das klar, klar, war das klar, klar, wir gehen los, Brüder Gehen wir nochmal extra zurück, hier so Ja man ey, ganz ehrlich Was schießt ihr denn? Was schießt ihr denn? Boah ey, scheiße Sand, wir bleiben überall hängen Wisst ihr was? Fuck you Wobei das geht noch gefälliger Oh, weil geht Ah doch Man, man, man Iberall sind jetzt da, wo man hängenbleiben kann Das ist doch absichtlich so gemacht Ich denke, das war ja mal voll an mich Ich stehe es doch auf mich, als wir zu tun, Alter Fuck you Falsche Seite Da muss ich lachen Oh, jetzt sind doch alle so knackt scheiß, akkackt dämlich dumm und überhaupt Ja, dann bleib doch gleich hängen hier, du Grunkzone Fuck, letztens hat das so schön funktioniert und jetzt stelle ich mich so ultra-super-duper-dämlich an Ey, sag mal, will mich das Spiel ficken, oder was? Was tut du eigentlich mal? Was ist los mit dir? Boah Boah Alter Was war das denn für eine Aktion? Hoffen wir jetzt Raketen verschwendet Oh, Merde Fuck you Bitte dich auch Ich dachte, da kommen jetzt ganz viele Monster in den Raum rein, weil er hier so schön groß ist Jetzt locker 20 20, 20, 20 Er sagt schon was Überwindensklasse gehabt Wo bin ich jetzt hier? Oho Oho Ah Zeit gesteuert Ja, gut, ich gucke doch mal erstmal was hier ist Das sieht mir interessanter aus Das sieht mir interessanter aus Ja Nur warum? Ich meine, da bin ich doch fertig Oder gibt's da noch was? Ja, oder scheiß noch was zu geben Na eben, da ist ja noch die rote Theorie, die schieb mich auch in den Bereich Ich bin ja Boah Alter, das ist ja Das ist ja alle wie er hier Bin ich ja mal gespammt, was da so abgeht Nein Geht doch Was, wie, wo, was? Nein Digga, was zur Hölle Alter, geh weg hier Ist da noch einer? Ja, da ist noch einer Alter, schieße ich auch noch an da unternehm Geben, ich will sterben Weg mit dir Ach ja Helfpack? Gibt's Helfpack? Nettlich Ja, komm Ja, komm Boah, diese Räume, Alter Und vor allem, man sieht einfach gar nichts Diese Möp, diese Möp ist so scheiße dunkel Ja, Puh Die teleportieren sich aber da unten für irgendwelche Wow Diesmal wieder zwei Schüsse gereicht Okay, ich weiss, was ich hier teleportiert habe. Da. Können wir jetzt mal bitte kommen? Was? Scheiße, kann ich auch ausschießen. Bitte nicht. Kommt noch ein Schuss, Alter. Geht doch. Oh ne, nicht nur wieder teleportieren. Ach, ich kann selber die mir teleportieren. Na, Halleluja. Jetzt kann doch noch ein Halter werden. Gut, dann teleportier ich dann mal bitte raus. Dankeschön, kann ich mir viel lang gehen. Aha, Noob. Das sieht schon optisch gesehen echt krass geil aus. Irgendwie mag ich die gesamte Map nicht. Kann man hier was drücken? Nein, nein, nein. Alle sind gleich schon so, oder? Hallo? Nein, 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 nein. Du? 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 Ich hab gesagt, nicht teleportieren. Äh, ups. Oh nein. Oh, falsche Waffe. Alter, ich sterb hier grad. Ja, ich sterb hier. Digger, du hast mich verarscht. Was ist los mit euch? Alter. Das hat doch alle bekloppt. Das hat doch alle bekloppt, oder? Was mach ich hier? Ist das gut? Oh Gott. Oh. Kloppt jetzt, kloppt jetzt. Kloppt jetzt, kloppt jetzt, kloppt jetzt. Wir brauchen hier raus. Ah, hier geht's noch wieder. ist das hier für eine bohr alter ihr wollt mich doch ruinieren also auch alle schon nacheinander naja guck mal her so zuerst muss der archweil weg, ganz klar nein ok wurde eins gemeistert? was ist hier los bitte? na komm her sagre leck tonto ok, das ist gut Alter, was geht hier ab in dieser Map? So, es wird immer schlimmer. Da hinten kommen gleich zwei Arch-Viles. Ihr wollt wieder ruinieren. So, und da kommt man her. Ich find da so ein Halbtoter. Oh, das war nicht gut. So. Nein, ich bin immer noch ein Kappeländer. Oh, hier wird doch noch mehr. Ich hab hier nicht mehr drauf. Stopp jetzt. Alter. Telefonieren sich also immer noch welche rein, danach denn? Okay, also muss ich wieder wegrennen. So, oder ist das gut jetzt? So. Was? Von wo denn? Können wir da immer herkommen? Sind wir frei oder was? Ich hab doch grad schon einen Arschwahl umgebracht. Ey, ich glaub das hier nicht. Was ist denn hier los? Alter, kriegst du echt ne Krise. Digga, warum muss ich das hier noch tun? Damit der nicht mal... Alter, ich krieg ne Krise. Ey, das gibt's doch gar nicht. Manchmal muss ich nur einmal schießen, ist der Dreck tot. Manchmal muss ich auf den Kopf dreimal raufschießen, damit der überhaupt ansatzweise stirbt. Du... Ja, komm. Warum kann er mich so schnell sehen? Keine Chance, muss hier raus. Neuladen. Ich muss die Arschwahl umfüllen schicken, wo keine Leute sind, die sich wiederbeleben können. Hat der wunderbar geklappt? Na los, los. Alter, da kriegst du ne Krise. Ist denn hier bitte... Was zur Hölle wollen die von mir? So ist doch anmähliger. Ist doch. Geht doch. Das ist ne schöne Munitionsverschwendung. Was ne schöne Munitionsverschwendung. Bleib doch mal stehen, Junge. So kann man doch gar nicht anvisieren. Also manchmal kriegst du echt hier... Kommt sie jetzt mal, oder was? Ja, der Fingel schüttelt immer durch. Oh, oh. So, was ist das jetzt hier, diese... Allo? Oh, no! Oh, oh! 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 Alter Schwede. Oh, ey, das ist ja hier. Also, das war grad echt, ne? War schon grenzwertig. Was? Wo kommt der? Ich hab doch gerade in die Richtung geguckt oder nicht? Oh, was will die sonst eigentlich von mir? Ich hab noch 34% lebend. Hier ist doch gar keiner! Teleportiert die sich schon wieder rein oder was? Ach nie, da. Arschloch. Wo schießen die denn? Hä? Ach klar, von unten. Ach komm, leckt mich doch. Ich hab noch was tun, für helftpacks. Ich hab noch nicht gebläht, ne? Wo waren die? Da kriegst du echt irgendwie zuviel. Eieieieiei. Erst teleportiert sich hier überall irgendwo jemand hin und dann sind hier auch noch gleich 50 Artfalls auf einem einzigen Fleck. Ist das hier schon mal 30 oder was? Kann er noch heiter werden? Kann er echt noch heiter werden? So, hier muss ich jetzt rüberspringen oder was? Okay. War doch ein Sieg gut gedankt? Sehr schön. So. Okay, das hier war der letzte Raum mit den Kakudimen, ne? Ja, und ich komme nicht zurück. Doch, ich komme zurück. Sehr schön. So. 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 What do I do. So. Uh. Oh. So. 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 Ich probiere mal ganz kurz was. Nope, Fühlanzeige. Na gut, ich gehe aber noch ein bisschen weiter die Treppen hoch. Vielleicht kommt da noch irgendwas, was ich aktivieren, umdrücken etc. muss. Na, geht doch ein Schalter. Und jetzt? Hat sich für immer noch nichts getan. Hä? I don't know why, I don't know why, I don't know why, I don't know why, okay, so gut jetzt. Das Lied kennt wahrscheinlich sowieso keiner. Zumindest keiner von den deutschen Zuschauern, also die sich nur im deutschen Sprachraum YouTube dienen. So, die Frage ist, wie kommt denn jetzt gelbe Dinge ran? Ah, ich sehe gerade schon, der eine davon ist weiß markiert. Okay, das heißt, der auf der anderen Seite, der hier. Oh, wie betätige ich ihn? Oh, wie betätige ich ihn? Oh, wie betätige ich ihn? Ach, leg mich doch ein. Nichts, gar nichts. Ich hab keine Ahnung, was hab ich denn jetzt hier tun? Hm. Hä, für mich jetzt hier? Halt, Stopp! Da. Da ist auch noch irgendwas im Bibelstum. Guck mal, ich hab da mal hin. Was macht denn der Schalter da oben, den ich grad gerückt habe? Ich hab keine Ahnung. Na gut, dann rück ich stehen mal und geh erstmal wieder hier raus. Hier scheint es ja erstmal nichts zu geben. Zumindest ist es nicht sinnvolles. So. So, hier gibt's auch nichts. Kann ich jetzt so kurz wieder zurückgehen? Hm, hier? Ich hoffe ja auch nicht. Was? Ist das jetzt gut oder eher schlecht? Auf jeden Fall gefährlich. Ach, der rum, wo ich grad die Hans-Mikis umgebracht habe. Na, schau mal nach. Ach, ne. Ach, ne. Ne, geht doch alle nach Hause. Und die kommt von drinnen! Ach, alles geht doch. Wie soll ich das rumteleportieren hier? Wo ist wieder ein Halfpack? In der Dunkelheit ist aber echt schwer, hier sich zu orientieren. Hä? Wow Ernsthaft jetzt? Jetzt stackt das Ding ja auch noch irgendwo fest? Ihr wollt mich doch gerade alle ruinieren, kann das sein? Hä? Jetzt geht's? Ich meine, wir wollen ja gerade einen Schalter. Geht's hier zu, oder? Ah, jetzt geht's zu. Warum hat's denn gerade gestackt? Versteh ich gerade nicht wirklich, aber gut. So, hat jetzt hier was geöffnet? Nein. Da brauchen wir die Gelbküche. So, da hinten, wo der... Ne. Ist das ein Schalter, oder? Da haben wir noch 50 Gegner vor uns. Eigentlich habe ich diese mit in zwei Teile aufgeteilt. Das ist ja hier... Boah, das atmet ja eine Arbeit aus. Und ich habe keinen Plan, wie wir in die Gelbküche rankommen. Jetzt sind es verschallt, aber die kann man alle noch nicht drücken. Wir brauchen aber den Gelbküche, um die ganzen Gelbküche zu aktivieren. Und ich weiß nicht, ob man das machen muss, oder ob das sein optional ist. Ich bin schon wieder irgendwo fest. Wo bin ich hier gerade? Hallo? Bitte helft mir. Achso, da. Oh, da können wir hier auch. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Achso, auch bloß ein gelber Schalter. Boah, überall sind gelbe Schalter und so kommt man an den gelben Key nicht ran. Darfst du irgendwas gehen? Wie an diesen hässlichen gelben Schalter rankommen, äh, an diesen gelben Key? Wie? boah ernsthaft jetzt muss da rein laufenderweise springen und dann jetzt bin ich hier drauf und jetzt Warte mal ganz kurz, mir fällt da was ein, kann das sein? Nein, die Figur Italia, kann es sein, ID Clef 12, ID DQD, ID FA, achso, ID Clef, das war jetzt mal ein bisschen schneller ab, ja? Hallo? So! Ok Hi, ID Ja So Ja, schon Hä? Warum liegt meine Abo, wenn ich die Treppe habe? Wo ist die Treppe? Da ist die Treppe Ich habe nämlich eine kleine Vermutung Und zwar ist das so, dass es ja bei Vanillaboo keine Höhe für Items und Monster gibt, das heißt also, Monster sind quasi beliebig hoch, das heißt, auch wenn ein Monster hier unten irgendwo steht und man hier oben lang läuft, kann man überhaupt gerade, keine Ahnung, doch Ähm, das war ja bei euch Hä? Jetzt wird es immer geklopfter, ich, ich, ich kriege ja gar keinen Schaden Achso, weil ich ja, weil ich Ja, genau Genau Doch, heißt also, ich bin der Schaden Na, wie kommt man hier bitte schon wieder raus? Das heißt also, dass ich praktisch auch den, den GameKey bei Vanillatum einsammeln könnte, wenn ich von oben den GameKey praktisch gut mühe sollte, wo ich praktisch gut bin, sondern praktisch von oben mit ran taste Äh, schwer zu erklären Ich weiß gar nicht, wie ich den überhaupt erklären soll Wo bin ich jetzt da? Wo bin ich jetzt da? Da ist der Schalter Da ist der Schalter Ja, da ist der Schalter Da 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 Oh, Alter, jetzt riecht das nicht mal mehr hin. Oh Mann, er und ist denn hier heute los? Wo ist diese scheiß Treppe? FG hoch. Oh Gott. Keine Chance. Ich würde hier ja quasi einfach nur Stern betrömer. Was soll ich? So, ich halte also daran, dass wir mit der GZ-Doom-Version spielen, kann das nicht liegen. Es muss also irgendwas geben, was ich machen muss, damit ich an den Schalter rein... Ich verstehe nicht. Ich habe absolut keinen Plan. Ich habe echt absolut keinen Plan, was wir jetzt hier gerade machen sollen. Wir müssen hier irgendwas tun. Erstens ist ja hier die Plattform extra. Wir müssen hier ein bisschen abgeben. Ich habe hier ein bisschen gefeiert. Oh Mann, ich habe hier ein bisschen gefeiert. Ich habe hier ein bisschen gefeiert. Ich habe hier ein bisschen gefeiert. Oh Mann, ich habe hier ein bisschen gefeiert. Es ist ja hier in der GZ-Doom-Version. Ich habe hier ein bisschen gefeiert. wir haben alles abgearbeitet einzige was noch offen ist sind die ganzen die ganzen gelben schalter um die zu drücken die karte vor der stehen wir gerade aber wir kommen nicht rein also doch rankommen tun wir schon nur ja wir lassen ein bisschen toxisch geht's doch gar nicht schon damit hätten wir dann wohl die erste map die ich in drei teile teilen darf das kann doch nicht wahr sein ich wüsste aber auch nicht wo ein schalter ist den wir noch nicht gedrückt haben so oder muss man nicht halt in drei folge drücken oder sowas Der müsste bei einem von dem zacken Klickgeräusch kommen. Kommt aber nicht. Kommt aber nicht. Oh man ey Mann, da ist doch Na, weil die Schalter, die versteckt sind, sind da auch nicht Das einzige was ist, ist, dass da ein Secret ist Aber ein Secret kann ja unmöglich dazu, also ja Ich glaube, dass es ein Secret ist Weil ein Secret ist eigentlich dazu da, um Sachen zu finden, die man sonst nicht hätte Aber nicht Wichtig sind Außerdem kommen wir da eh nicht rein Okay Hättest du das auch erledigt? Ja, ich bin grad ein bisschen am Ende von meinem Lachen Hallo Hi, hallo Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Der andere ist ein Schalterkopf, kann man gar nicht rein, aber kommt, wie kann ich das Schalter machen? Das war's für heute. Ich versteh das nicht. Ich hab keinen Plan. Absolut kein Plan. Ich hab absolut keine Ahnung, was wir das machen müssen. Das ist ein irres Level. Die gehen alle dahin? Das ist ein irres Level. Das sind definitiv Schalter. Ja, nur wie aktiviere ich die? Das ist die Textur, die wir sehen. Und hinter der Textur scheint dann ein Schalter zu sein. Nur wie zum Fick aktivieren. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt das für ein Ding? Das Ding aktiviert eine ganze Menge. Momentchen mal. Momentchen mal. Ja, also der Schalter, den wir hier gedrückt haben, der lässt auf jeden Fall eine ganze Menge Fischer frei. Okay. Wo denn jetzt? Da. Da. Hier. Zum Beispiel. Dieser Ding. Ja. Teleportiert die ganz schmutzige nach draußen. Okay. Das heißt, die ganzen gelben Schalter auf der Map, die muss ich nicht drücken, wenn ich die gelbe Karte habe. Sondern die muss ich drücken, damit ich in die gelbe Karte rankomme oder was mache ich denn jetzt hier? Wo bin ich jetzt gerade? Da bin ich gerade. Weg mit dir. Das da. Das ist ja... Bitte was? Alter. Ich glaube, ich teile die Map nochmal ins Verhelfen. Also, ich mache nochmal den dritten Teil der Map. Also, den Schalter habe ich gedrückt. Genau, da passt jetzt gar nichts. Dann gehe ich jetzt nochmal... ID, DQD? Nee, ID, DQD. Geht doch. ID, FA. Nee, Quatsch. ID, Club. Äh, ID, FA brauche ich gerade gar nicht. So. Ja, siehst du? Der Raum da wird jetzt aufgemacht. So, und jetzt ist die Frage, kann ich jetzt den Schalter gedrücken? Ich kann den Schalter tatsächlich auch noch nicht drücken. Doch, kann ich. Das wäre der Schalter hier für die Treppe. Der hat ja hiermit gar nichts zu tun gehabt. Ich würde sterben, Alter. Oh, das wird eine lange Map. Na komm, jetzt mach halt. Oh, ey. Boah, nee, Mann. Okay, ganz ehrlich, Leute. Fuck off. Fuck off. Wie lange geht die Aufnahme? Ich glaube, ich teile die Map tatsächlich nochmal ein. Das ist mir... Ach, ich leck mich doch halt hart am Arsch. Wo kann ich hier runterspringen, ohne irgendwas zu machen, was ich nicht möchte? Ja. Da. So. Jetzt müssen wir nämlich die ganzen gelben Schalter suchen. Und in der gesamten Map haben sie jetzt überall Monster reingeteleportiert. Na. Der blinkt schon so schön. Tja, und das wiederum heißt dann, dass wir dann genau damit in der nächsten Aufnahme zu kämpfen haben. Weil die Aufnahme wird jetzt schon wieder viel zu lang. 6 GB haben wir also definitiv mehr als eine Dreiviertelstunde. So, eine wunderschöne... Fast eine Stunde. Alter, da ist eine Map, ey. Teile ich die auf oder nicht? Es kommen noch mindestens 50 Gegner. Davon mindestens ein Cyberdemon. Fuck auf, ich teile auf. Gut, in dem Sinne also. Ich schaue mit V und dann sehen wir uns irgendwann mal zum dritten Teil der 12. Map. Boah, ey. Lass diese ganzen Secrets und herausfinden, was wie wo funktioniert. Und vor allem in der Map, dass hier überall 10.000 Archways mit einmal kommen. Das ist schon ganz schön, ne? Vor allem, das ist grad bei die 12. Map. Wie viele Aufnahmen sollen die gesamte Map hergehen? Ich meine, wenn wir bei Map 30 sind, dann darf ich wahrscheinlich für einheitliche Map 20 Folgen aufnehmen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Tja, was willst du machen? Ja, in dem Sinne, ich schaue mit V, bis dann. Tschüss.